Hallo. Ja, danke für die Anteilnahme bezüglich des Fotos. Das ist tatsächlich der reale Zustand aktuell. Also ich habe mein kleines Kinderbettchen im Badezimmer, weil, also natürlich nicht dauerhaft, ich packe das immer wieder weg, damit die Mitglieder auch auf die Toilette und in die Dusche gehen können. Aber ich, wenn ich mich ausruhe aktuell, dann tue ich das immer im Badezimmer, also im Vorraum zur Toilette und zur Dusche, weil es ist einfach im Keller nicht mehr aushaltbar. Aber es ist so kalt. Ich bin jetzt gerade tatsächlich im Badezimmer. Nehmen wir kurz die andere Kamera. So sieht das hier aus. Hier chill ich. Mein Büro-Auffit an, weil ich jetzt gleich wieder in den Keller gehen muss, weil ich halt weiterarbeiten muss. Ich habe noch ein bisschen viel Arbeit. Und im Keller sind keine Heizkörper und es ist halt echt kalt. Hier oben ist es richtig schön warm und deswegen chill ich hier auch. Ja, insofern, das war kein gestelltes Foto. Da habe ich wirklich gechillt und ich finde das eigentlich auch ganz schön hier, weil das Gute ist, ich kann hier die Tür zu machen und ich kann dann hier halt auch das Licht ausmachen. Das ist komplett ruhig und komplett dunkel und ich kann hier richtig gut Mittagsschlaf machen, was ich auch noch versuchen werde gleich zu tun, wenn ich die Büroarbeit erledigt habe. Alle anderen, die jetzt gerade auch arbeiten, ich wünsche noch viel Kraft und dann sieht man sich hoffentlich nachher beim Training, sofern die Gesundheit mitspielt. Aktuell ist der Krankenstand nämlich ganz erschreckend hoch. Bleibt gesund!